Er sagte dann noch zu seinen Jüngern, Es war ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte. Über diesen wurde ihm hinterbracht, dass er ihm sein Vermögen veruntreue. Da ließ er ihn rufen und sagte zu ihm, Was muss ich da von dir hören? Leg Rechnung ab von deiner Verwaltung, denn du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da dachte der Verwalter bei sich, Was soll ich tun, da mein Heer mir die Verwaltung abnimmt? Zum Graben bin ich zu schwach, zu betteln schäme ich mich. Nun, ich weiß schon, was ich tun will, damit die Leute mich, wenn ich meines Amtes enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Er ließ also die Schuldner seines Herrn Allereins hinzu sich kommen und fragte den Ersten, Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der antwortete, Darauf fragte er einen anderen, Wie viel bist du schuldig? Der antwortete, Er sagte zu ihm, Und der Herr lobte den unehrlichen Verwalter, weil er klug gehandelt habe. Denn die Kinder dieser Welt sind im Verkehr mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn es zu Ende mit ihm geht, ihr Aufnahme in den ewigen Hütten findet. Wer im Kleinsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Kleinsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun in der Verwendung des ungerechten Mammons nicht treu gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremdengut nicht treu umgegangen seid, wer wird euch dann euer eigenes geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen missachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dies alles hörten auch die Pharisäer mit an, die geldgierig waren, und rümpften die Nase über ihn. Da sagte er zu ihnen, Ihr seid Leute, die sich selbst vor den Menschen als gerecht hinstellen. Gott aber kennt eure Herzen. Denn was von den Menschen als groß angesehen wird, ist ein Gräuel vor Gott. Das Gesetz und die Propheten reichen bis auf Johannes. Von da an wird das Reich Gottes durch die Heilsbotschaft verkündigt, und ein jeder dringt mit Gewalt hinein. Es ist aber eher möglich, dass Himmel und Erde vergehen, als dass vom Gesetz ein einziges Strichlein ungültig werde. Jeder, der sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und wer eine vom Mann geschiedene Frau heiratet, begeht auch Ehebruch. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein armer Arber namens Lazarus lag vor seiner Türhalle mit Geschwüren bedeckt und hatte nur den Wunsch, sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber es kamen auch noch die Hunde herbei und leckten an seinen Geschwüren. Nun begab es sich, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Als dieser nun im Totenreich, wo er qualenlitt, seine Augen aufschlug, sah er Abraham in der Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er seine Fingerspitze ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Qualen in dieser Feuerglut. Aber Abraham antwortete Mein Sohn, bedenke, dass du dein Gutes während deines Erdenlebens empfangen hast und ebenso Lazarus das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, während du Qualen leiden musst. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können und man auch von dort nicht zu uns herüberkommen kann. Da erwiderte er So bitte ich dich, Vater, sende ihn in meines Vaters Haus, denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er ernstlich warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Pein kommen. Abraham aber antwortete ihm Sie haben Mose und die Propheten, auf die mögen sie hören. Jener entgegnete Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihm käme, so würden sie Buße tun. Abraham aber antwortete ihm Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten auferstände. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern Es kann nicht anders sein, als dass Verführungen kommen. Aber wehe dem, durch den sie kommen. Es wäre besser für ihn, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gelegt und er ins Meer geworfen wäre, als dass er einen von diesen geringen Leuten zur Sünde verführt. Gebt auf euch selbst Acht. Wenn dein Bruder sich vergangen hat, so halte es ihm vor. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er sich siebenmal an einem Tage gegen dich vergeht und siebenmal wieder zu dir kommt und sagt, Es tut mir leid, so sollst du ihm vergeben. Die Apostel baten den Herrn Mehre uns den Glauben. Da antwortete der Herr Wenn ihr Glauben wie ein Senfkorn hättet und ihr spreche zu diesem Maulbeerbaum, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer, so würde er euch gehorsam sein. Wer aber von euch, der einen Knecht am Flug oder beim Viehhüten hat, wird zu ihm bei seiner Heimkehr vom Felde sagen, Komm gleich her und setz dich zu Tisch. Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, Bereite mir mein Abendessen, schürze dich und warte mir auf, bis ich gegessen und getrunken habe. Nachher kannst auch du essen und trinken. Er ist doch wohl dem Knecht nicht noch dankbar dafür, dass er die ihm erteilten Befehle ausgeführt hat. Ebenso steht es auch bei euch. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, so sagt, Wir sind Unnütze oder armselige, geringe Knechte. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Auf seiner Wanderung nach Jerusalem durchzog Jesus das Grenzgebiet von Samaria und Galiläa. Als er dort in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die in der Ferne stehen blieben und ihre Stimme erhoben und riefen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Als er sie erblickte, sagte er zu ihnen, Geht hin und zeigt euch den Priestern. Während sie dann hinging, wurden sie rein. Einer von ihnen aber, als er sich geheilt sah, kehrte um, pries Gott mit lauter Stimme, warf sich zu Jesu Füßen auf sein Angesicht nieder und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da sagte Jesus, Sind ihrer nicht zehn reingeworden? Wo sind denn die anderen neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der zurückkehrte, um Gott die Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Zu ihm sagte er dann, Steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dir Heilung verschafft. Als er aber von den Pharisäern befragt wurde, wann das Reich Gottes komme, gab er ihnen zur Antwort, Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebaren. Man wird auch nicht sagen, Siehe, hier ist es! Oder dort! Denn wisset wohl, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Weiter sagte er zu seinen Jüngern, Es werden Tage kommen, an denen ihr euch danach sehen werdet, einen einzigen von den Tagen des Menschensohnes zu sehen, doch ihr werdet ihn nicht sehen. Dann wird man zu euch sagen, Seht dort! Seht hier! Geht nicht hin und gebt nichts darauf. Denn wie der Blitz, wenn er aufblitzt, von einem Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet, so wird es auch mit dem Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor muss er aber noch viel leiden und von diesem Geschlecht verworfen werden. Und wie es in den Tagen Noas zuging, so wird es auch in den Tagen der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Man aß und trank, man heiratete und ließ sich verheiraten bis zu dem Tage, an dem Noah in die Arche ging und die Simtflut kam und allen den Untergang brachte. Ebenso wie es in den Tagen Lot zuging. Man aß und trank, man kaufte und verkaufte, man pflanzte und baute. Aber an dem Tage, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichtete alle. Ebenso wird es auch an dem Tage sein, an dem der Menschensohn sich offenbart. Wer an jenem Tage auf dem Dach ist, während sein Gerät sich im Hause befindet, der steige nicht erst hinab, um es zu holen. Und ebenso, wer auf dem Felde ist, der kehre nicht zurück. Denkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu erhalten sucht, wird es verlieren, und wer es verliert, dem wird es erhalten bleiben. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei Männer auf einem Lager liegen, der eine wird mitgenommen, der andere zurückgelassen werden. Zwei Frauen werden zusammen malen, die eine wird mitgenommen, die andere zurückgelassen werden. Zwei werden auf dem Felde sein, der eine wird mitgenommen, der andere zurückgelassen werden. Da fragten ihn die Jünger, Herr, wo denn? Er antwortete ihnen, Wo das Aas ist, da sammeln sich auch die Geier. Nur ein Tor strebt nach dem schnöden Mammon, strebe nach dem Weg, der Wahrheit und dem Leben. Die Wahrheit würde ich freimachen. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de das Fibelheft kostenlos. Vielen Dank.